Hallo, liebe Freunde, der Minigolfkugel, da sind wir wieder in Golfit und heute heißt es A Season Story. Das spielt man am besten zu viert, deshalb haben wir dabei Kollegin Manari. Hallo Kim. Hallo, ich wäre gern der Herbst. Achso, stimmt. Ist ja perfekt. Jeder sucht sich eine Jahreszeit aus. Ich sehe schon, der Winter bleibt für mich übrig. Die Jungs von AFK sind dabei. Hallo Daniel. Dann nehme ich mal den Sommer, ja. Ja, den Sommer, okay. Ja, und Alex, lass mich mal raten. Ich nehme den Winter. Nee. Doch, doch. Wirklich? Ja, ja. Dann bin ich wohl der Frühling. Hasch mich, ich bin der Frühling. Ich bin immer so langsam mit meiner Kugel, als ob ich festfrieren würde. Follen wir direkt mal rein. Okay, ich starte. So. Boom. Wie man am Anfang in der Luft hängt. Linksrum oder rechtsrum? Was ist denn die bessere Joghurtkultur? Regenbogen. Ach ja, da, okay. Oh, nein, ist kein Hole in One geworden. Aber war schon gut. Guck, mein Regenbogen. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe den auch irgendwo. Da bubst sie mich noch an. Okay. Schöne Musik, ehrlich gesagt. Ich kann sowas genießen. Ich höre die gar nicht. Oh, jetzt kommt Gitarrenmusik. Nein, diese Kollision. Ja, du hast sie ja ganz ausgemacht, ne? Oh, ich habe sie jetzt wieder angenommen. Oh, ich klippe aus, ey. Ich hätte getroffen. Na? Nanometer, ey. Das ist ja Dreckskollision, ey. Er hat sich das ausgedacht. Okay, ich hätte vielleicht auch nicht getroffen. Ich hätte nur diesen Pfeil hier treffen müssen. Hä? Okay, ich schieße daneben und treffe trotzdem. Das muss man mal einer nachmachen hier. Mir dauert es noch ein bisschen. Das ist wie bei dem G36. Oder auf dem Rummel. Oder auf dem Rummel, ja. Was ziemlich ähnlich ist, ja. Was? 50-50? Das ist ein G36. Oh. Ah ja, das war easy. Ist das ein Zufallsgenerator? Ja, schauen wir schon, oder? 50-50. Hä? Ein G36 ist das bekannte Bundeswehrgewehr, was nie trifft bei warmen Wetter. Das Bundesgewehr. Hä, was denn da? Da ist ein Huckel. Vorsicht. So ein Elend, ey. Wäre 0815, oder wie das heißt. Das war im Zweiten Weltkrieg. Ja, genau. Das war im Ersten Weltkrieg, oder? Nee, Zweiter Weltkrieg. Das waren die 0815-Gewehre. Die Maschinengewehre. Aha. Was? Ich dachte, der Karateiner wäre 0815. Oh, das war aber knapp. Bung. Also wer hört denn jetzt die Musik von euch? Ich höre sie. Sie ist schön. Ich höre sie auch an. So, dann hast du sie dir wieder angemacht, Kim, oder? Ja. Das war sonst immer aus. Das ist schön, ne? Oh. Ich habe das noch schon mal gesehen. Mondlandung. Da kann man all seine Wut über die Kollision so ein bisschen vergessen. Ja. Ich fliege in die Unendlichkeit. Das ist doch nicht dein Ernst. Und noch viel weiter. Ach komm, ey. Darf ich hier liegen bleiben? Ja. Ja, warum nicht? Das ist ein schönes Gras. Ich dachte, da wird es wieder runtergehen. Schau mal, da hinten ist ein Schiff. Schiff? Ob da auch Piraten drauf sind? Piraten! Ach, wieder so ein Ding. Die sind irgendwie neu. Kann das sein? Diese Rampen? Ja. Ach nee. Ein, zwei Jahre gibt es die schon, denke ich. Ja? Die sind mir nie aufgefallen. Nein. Ich sehe die jetzt auch zum ersten Mal. Ach nö. Ich gehe im Sandkasten spielen. Shit. Also auf jeden Fall habe ich sie schon mal gesehen. Nein. Das ist so schwer, da rüber zu kommen. So, ich fahre einfach so rüber. Wie du fährst so rüber. Meinst du, ich benutze die Rampe oder was? Mann, und dann kommt dieser scheiß Ball nicht zum Liegen. Ich finde die schwer, die Rampen, muss ich echt sagen. Finde ich auch. Da bist du ganz schnell, machst du zu doll. Und wenn du nicht doll genug machst, kommst du erst gar nicht rüber. Dabei sehen sie so schön aus. Das war so klar. Muss man jetzt auf das Schild oder auf die Kanone schießen? Ja, ist gleichbedeutend. Höhle in Öhne. Du hättest doch mal das Schiff anschließen können. Oh ja. Aha. Was? Oh, nee. Das funktioniert nicht. Aber ich wollte es mal probieren. Wozu ist denn diese Rampe da? Ja, da ist ein geheimes Loch. Was ist das geheime da oben? Da ist ein geheimes Loch? Ja, ja, ja. Das Ziel, aber da kommst du selbst mit der Rampe nicht hin. Hey, hey. Mann, wer hat mich denn da schon wieder abgeschossen? Ja, du hast mich abgeschossen. Schimpf du nicht immer. Du schießt mich permanent ab. Stimmt doch gar nicht. Ich bin ganz zart über die Rampe rüber und auf einmal bin ich geflogen wie nischt. Roll, roll, roll. Wenn es hier einen Ball gibt, der immer wie wild durch die Gegend fliegt, dann ist es deiner. Außer in Racemaps, da ist er langsam. Den musste ich jetzt noch setzen gerade. Hab ich gemerkt. Oh, ich glaube, das war... Wow. Aha. Ich fliege schon wieder in die Endlichkeit. Ein Loch in eins. Es ist so gut hier. Mann. Jetzt reicht es mir langsam hier. Jetzt stehe ich wieder oben. Warum denn? Ich war doch schon da unten. Ach, das ist ein Scheiß. Ist das... Wie sehe ich hier gleich einen Rage-Crit? Diese Kollision. Ah, schön. Aber, ihr müsst euch dazu mal vorstellen, dass ich niemals... Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo... Oh. Somewhere over the rainbow oder was ist das hier? Dass ich niemals technische Geräte kaputt mache, ne? Also, so schlimm, wie ich mich anhöre, aber ich hau nirgendwo drauf. Warte mal, Daniel, bleib mal stehen. Ja. Ne, ich bin wieder... Nein, das muss nur rein. Oh, scheiße. Hä? Das ist ja gar nicht mal so leicht. Okay, Alex. Glückwunsch. Oh, weiter. Noch ein Stück. Das Häschen ist in den Bau gerollt. Ja. Damit genug Schwung geht es. Warum macht man denn da... Mann, das wird der Ball da ewig schon rumrollt. Komm, mach ihn hier so. Oh, bitte. Hallo? Na, 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 na. Er rollt noch? Ist jetzt nicht wahr. Oh, nö. Ich hab's so reingeballert. Wie soll ich denn hier noch machen? Okay. Das hätte man einfach wissen müssen. Genau. Der Regenbogen. Ja! Regenbogen! Ich muss sagen, warum höre ich keine Kim? Ich bin jetzt kaputt. Bisschen spät reagiert. Das kann's ja nicht wahr sein. Alter, was war das denn jetzt? Oh, yeah. Ja, klar. Einer hat wieder Glück. Logisch. Das war mein zweiter Schlag. Bin am Anfang noch nicht mal durch den Looping durch. Oh, nö. Und da dreht er wieder ab. Ach, ist der Herbst schön. Hier regnet's überall. Ich fürchte, die Musik ist jetzt auch im Video gerade ganz schön laut. Erstaunlicherweise. Die war die ganze Zeit eigentlich noch normal. Oh, oh, oh. Und nun? Wo wollen wir hin? Äh, Vollgas. Weiß einer, wo das Ziel ist? Ja, Vollgas. Geht mal nach oben. Nach oben? Ach, da oben. Ach, das oben. Okay. Das, das oben, genau. Hui. Boah, ich muss das leiser machen. Gibt's hier auch, kann ich eine Option rein? Ja, kannst du. Na, da kann man doch schon moving. Oh, wo kommt der denn her? Ich wittere eine Möglichkeit. Alter, was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Also, das nervt mich ein bisschen an Golfit, dass die Lautstärke von der Musik immer so inkonsistent ist. Ja, das sind die Custom Maps, je nachdem, wie die es halt einstellen. Naja, aber was können die das denn auch einstellen? Dann sollen die nicht so viel einstellen können. Die können die Lautstärke separat regeln. Wenn's manche ganz leise machen, manche immer auf Anschlag, dann hast du diese Unterschiede. Ja, aber die Möglichkeit darf man ihnen halt nicht geben. Jedenfalls nicht so extrem. So einfach ist das. Manche sollten auch die Möglichkeit nicht bekommen, überhaupt Maps zu machen. Ja. Ja. So, Winter. Wer war noch gleich der Winter? Alex war der Winter. So, jetzt war ich ein Hole in One. Wiii! Ein Schweif ist vorbei geflogen. Ja, schön. Ja, super. Oh, Mann, ey. Ach, Kim. Warte, Kim, bleib still. Die Zentimeter hätten sie mir auch geben können. Ah. Ich hätte nicht reingekickt. Ach so, jetzt, Entschuldige. Ach, verdammt. So nicht. Ich glaub, die Kim wollte erst mal gucken, wie tief das Loch ist. Ist erst mal davon ausgegangen, dass ich sie nicht reinkicke. Oh, nö. Huh, okay. Wo gehen wir denn da lang? Hoppala. Oh, scheiße. Ich lebe in diesem Baum. Na, wir fahren alle Schlittschuhe hier. Ich hab den Teleporter verpasst. Schade. Ach, Mann, ich seh hier wieder nicht meine Zielvorrichtung. Ach so. Äh. Da sind wir ja schon. Okay. Was macht der Teleporter? Das ist ne Abkürzung wahrscheinlich, oder? Ja, ist es. Der ist über der Fahne. Na ja, gut. Das war ein Millimeterchen. Jetzt hör mal auf zu rollen. Bleibt der hier auch mal liegen. Ja, sowas nervt, ne? Aber das Loch kann man, glaub ich, gar nicht verfehlen. Ja. Großzügig groß. Schön. Aha. Ich muss erst mal gucken, wo ihr lang geht. Oh nein. Sonst ist mir zu viele Knüppel hier. Na gut. Oh. Oh. G'freut mal. Das ist nicht schlecht. Aber das vorher hab ich echt nicht verstanden. Ich lag schon an einer bestimmten Stelle. Dann wurde ich rausgehauen und dann wurde ich an den Start zurückgesetzt. Also, das find ich ja nur echt mal. Muss nicht sein, sowas. Nö. Unverschuldet in Not geraten, der Herr Fail. Sag ich nur. Oh. Bisschen doll gemacht. Eieiei. Aber. Das klingt jetzt wie im Spielzeugladen Musik. Oh. Oh. Nein. Da war ich immer gerne. Nö. Da steht er mit dem Weg rum hier. Warum ist denn da jetzt so ein Netz im Ziel? Das ist doch unnötig. Oh. Racing. Schon fertig? Kein Racing, oder? Nö. Nee, kein Racing. Das ist Autopilot. Ja. Warum ist mein Hase so weit vorne? Hör auf. Oh. Nebel. Autopilot. In meiner Ansicht bin ich vorne. Ich bin bei mir auch vorne. Ach ja, stimmt. Jetzt bist du vorne. Ich bin bei mir auch vorne. Hole in one. Hole in one. Juhu. Ja. Also wer den nicht trifft, der soll ja laufen. Oh. Oh. Aber dicht beieinander. Ja. Nicht schlecht. Ach so. Heute haben wir nass gemacht hier. Heute haben wir nass gemacht. Ja, das ist so irgendwie dein einziges Ziel hier. Dein einziges Thema. Ja, natürlich. Aber du dich davon freimachen würdest vielleicht. Nein, niemals. Niemals, ja. Tja, ich weiß auch nicht, was ich in den Leuten auslöse. Ich spiel doch nur. Ja, naja. Liebe Leute, wenn ihr mal ein bisschen anderes Gameplay sehen wollt, dann geht ihr auf den jeweils anderen Kanal. Alles mögliche haben wir in unseren Videobeschreibungen verlinkt. Die jeweils anderen Kanäle nämlich. Da guckt ihr mal schön vorbei. Bei AFK, bei Manari. Vielleicht auch mal bei Spielsatz Fail. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Golfit. Da freuen wir uns drauf. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Miau. Ciao. Vielen Dank.